Herzlich willkommen zu den H-Steuernachrichten. Diese Woche stelle ich Ihnen folgende Themen vor. Bescheidänderung nach § 32a Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz. Eine verdeckte Einlage muss auch festgestellt werden, damit der Körperschaftssteuerbescheid geändert werden kann. Als zweites die Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung. Hier liegt eine eigenständige Leistung vor. Und zu guter Letzt geht es um den Verbrauch der Steuerermäßigung nach § 34 Einkommenssteuergesetz bei fehlendem Veräußerungsgewinn. Im ersten Urteil geht es um die verdeckte Einlage und um Schwarzgeld. Ein Gesellschafter einer GmbH erzielte in seinem Besitzunternehmen Einnahmen, die er nicht erklärte. Dieses vereinnahmte Schwarzgeld wurde durch die Steuerfahndung festgestellt und entsprechende Änderungsbescheide mit dem höheren Gewinn wurden beim Gesellschafter erlassen. Nun begehrte der Gesellschafter auch die Änderung des Körperschaftssteuerbescheides seiner Betriebskapitalgesellschaft, da er mit dem Schwarzgeld Löhne der GmbH gezahlt hat und somit eine verdeckte Einlage vorliegt, die den Eintritt des § 32a Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz erlaubt. Eine Änderung nach dem Körperschaftssteuergesetz kann jedoch nur erfolgen, wenn im Steuerbescheid des Gesellschafters die verdeckte Einlage festgestellt wurde. Das war hier nicht der Fall und daher erfolgte auch keine Änderung der Körperschaftssteuerbescheide. Im nächsten BFH-Urteil betrieb eine GbR ein Autohaus. Beim Verkauf von Pkw's bot das Autohaus den Käufern an, eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie gegen gesondertes Entgelt zu erwerben. Diese entgeltliche Garantiezusage stellt keine unselbstständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung dar, sondern ist als eigenständige Leistung zu sehen. Denn die Garantieleistung hat neben der Fahrzeuglieferung den eigenen Zweck, sodass es sich bei der Lieferung des Fahrzeugs und der Garantiezusage jeweils um selbstständige Leistungen handelt. Wurde in der Vergangenheit von der Finanzbehörde fehlerhaft die Steuerbegünstigung nach § 34 Absatz 3 Einkommenssteuergesetz, der sogenannte halbe Steuersatz, gewährt, obwohl keine Veräußerung und auch kein Antrag der Steuerpflichtigen vorlag, kann der Steuerpflichtige später bei tatsächlicher Veräußerung und den Antrag den halben Steuersatz in Anspruch nehmen. Der halbe Steuersatz wird nur einmal gewährt, doch den Fehler der Finanzbehörde braucht der Steuerpflichtige nicht gegen sich gelten zu lassen, da die Voraussetzungen für die Gewährung damals gar nicht erfüllt waren. Aber Achtung, hier ist die Revision beim BfH anhängig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage bei Facebook und bei Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.